hey yo was geht leute herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal freunde wir werden heute die only hillstuff challenge machen zusammen mit dem lieben tellegi servus leute was geht smooth ist back am start ja ich habe es bewusst tellegi gesagt weil unter dem namen kennt ihr ihn noch denn er hat seinen namen geändert ja wir machen heute nur eine runde weil es vom upload sonst schwierig wird ich würde aber sagen dass man für einen äußersten notfall eine waffe mitnehmen darauf aber nur schießen wenn es notfall ist das ist scheiße ok leute das weibende rhetorische frage hätte außer wenn man jetzt beim landen von jemanden angeschossen wird dann darf man ihn töten so wie es moment und die anderen streamer auch machen gut mach mal so ich hatte in letzter zeit keine zeit sage ich mal videos aufzunehmen deshalb kam es zu spät nichts mehr oder so lange nichts mehr und ja wir haben eben schon eine runde für tim aufgenommen also fatality verzeihung und ja dann ist der retail oder was bin ich schon alter das sind gutes versteckt könnt ihr sein dass hier noch jemand landet sobald ich hier weggehe droppe ich die waffe das ist so ein gutes versteck ich bin hier bei dieser seilbahn zwischen die oben grauen dingen und mit meinem lila skin sieht man es nicht so übel schlecht die gleiche farbe hat oder und bei der schütze leben er wird überleben und endlich im medik schön das ist doch schön ich hab jetzt mal ein bisschen holz auf zwei medikits auch mein mini das ist sexy und wie weit ich wieder laufen muss belastend ich muss auch weit laufen das ist auch nicht mehr ernst ich habe eine gute strategie also ich gehe ich gut vor die seilbahn lohnt sich aus zahlt sich aus sowas von egal ja leute wir droppen gleich die waffen sobald wir weit genug von ihr weg sind und sicher sein können dass uns keiner mehr hupfen will er will 143 was eine scheiße drei medikits und drei minis fährt jetzt mich so voll stacken ich bin so gut der plan geht auf jeden fall auf und das zu wissen macht mich geil jetzt wäre ein lama also was sie erzählen wollte ich habe heute meine ersten runde glaube ich habe ich random teams gespielt und habe in einer runde zwei lamas gefunden das war schön so vier medikits drei minis drei minis oh mein gott alter ich die seilbahn ist das beste was es gerade gibt hier jetzt bin ich nämlich in diesem lab diesen großen ding star kraftwerk und kann erstmal schön fett looten dies das dann kann ich noch in diesen ding star gehen was mich hoch in die luft schleudert alter beste beste ich brauch stein ich brauch stein so ein ding so klippi klipp hüu wie war der tag bisher heute meint's mich joh ganz gut meine gänge auch relativ wird also was ich jetzt in diesem video offiziell nochmal anführlichen möchte ist dass in zukunft meines streams bisschen anders ablaufen es wird ein neuer content kommen ich werde jetzt wahrscheinlich auch mehrere videos über der hunter call of the wild machen weil sowas zum beispiel auch besser in den streams passt das vier ruhiger und verliert nicht so schnell die lust daran und ja alles klar und beim ersten sniper drei flossen habe ich jetzt so also ich bin so höchst konzentriert ich bin immer noch am leben ich bin immer noch am leben und ich habe bis jetzt noch ein noch keinen einzigen gegner gesehen Digger gib dir jetzt mal groß ich habe jetzt vier mildi kits vier flossen und drei minis dieses andere lecker schmecker weg damit ah ich bin in der zone ich weiß nicht das geht nicht gut aus jetzt zeige ich mir die hilfsverbrauchs bei dir geht zehn verbände ein biggie ein medic jetzt da bin ich ja noch gut mit vier medik jetzt jo ich habe mir aber gleich das einzelne geben und versuchen dann nochmal zu angeln das einzelne ja ist du hans ja nur drei mädiges decken ich habe ich habe vier weischt die blumenwiese ist gut die passt zu meinem skin da zu heilen ist das beste was mir passieren kann und weiter man sieht jetzt mal leute sie weiter von mir weg ist der drüben sehe ich den namen so ich habe eine acht schule weiter ich glaube direkt weiter weil ich darf gar nicht anhalten warten bei mir sind mich gegner ja ich bin perfekt also hier sind drei küssen auf einmal chillig wir wissen diesen kranz bei den bäumen hier steht einfach ein boot mitten auf der wiese Digga, hier ist so eine Blue Pump Die ich nicht mitnehmen werde Ich habe meine Waffen auch getroffen Das Einzige, was ich habe gerade ist Diese Harpune Die habe ich auch Zum Angeln Aber die musst du dann auch droppen Warum? Weil du damit Schaden machen kannst Mach ich aber nicht Das ist doch nicht dumm Nein Oh yeah Leute Das sind die selben von letzter Runde Fuck, ja man Ähm, ich glaube Das sind die Doch, das sind die Von der Runde, wo wir nicht aufgenommen hatten Jo, bei mir ist auch jemand Fuck man Stirb Ich habe trotzdem gewonnen Ich habe trotzdem gewonnen, Alter GG Ich würde sagen, wir spielen jetzt nur eine Runde Und Das war's Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschau 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 bis zumыми phosphorus Ich gehe auf Ich glaube ich ganz go